Robert Musil, Hellhörigkeit. Ich habe mich vorzeitig zu Bett gelegt. Ich fühle mich ein wenig erkältet. Ja, vielleicht habe ich Fieber. Ich sehe die Zimmerdecke an. Oder vielleicht ist es der rötliche Vorhang über der Balkontür des Hotelzimmers, was ich sehe. Es ist schwer zu unterscheiden. Als ich gerade damit fertig war, hast auch du angefangen, dich auszukleiden. Ich warte, ich höre dich nur. Unverständliches Auf- und Abgehen in diesem Teil des Zimmers, in jenem. Du kommst, um etwas auf dein Bett zu legen. Ich sehe nicht hin, aber was könnte es sein? Du öffnest inzwischen den Schrank, tust etwas hinein oder nimmst etwas heraus. Ich höre ihn wieder schließen. Du legst harte, schwere Gegenstände auf den Tisch, andere auf die Marmorplatte der Kommode. Du bist unablässig in Bewegung. Dann erkenne ich die bekannten Geräusche des Öffnens der Haare und des Bürstens. Dann Wasserschwelle in das Waschbecken. Vorher schon das Abstreifen von Kleidern. Jetzt wieder. Es ist mir unverständlich, wie viel Kleider du ausziehst. Nun bist du auch aus den Schuhen geschlüpft. Danach aber gehen deine Strümpfe auf dem weichen Teppich, ebenso unablässig hin und her wie vor dem die Schuhe. Du schenkst Wasser in Gläser, drei-, viermal hintereinander. Ich kann mir gar nicht zurechtlegen, wofür. Ich bin in meiner Vorstellung längst mit allem Vorstellbaren zu Ende, während du offenbar in der Wirklichkeit immer noch etwas Neues zu tun findest. Ich höre dich das Nachthemd anziehen, aber damit ist noch lange nicht alles vorbei. Wieder gibt es hundert kleine Handlungen. Ich weiß, dass du dich meinetalben beeilst. Offenbar ist das alles notwendig und gehört zu deinem engsten Ich. Und wie das stumme Gebaren der Tiere vom Morgen bis zum Abend ragst du breit mit unzähligen Griffen, von denen du nichts weißt, in etwas hinein, wo du nie einen Hauch von mir gehört hast. Zufällig fühle ich es, weil ich Fieber habe und auf dich warte.